1918 lag der Erste Weltkrieg in den letzten Zügen. Ebenso das einstmals so starke Thomanische Reich. In seiner Heimat brach die Revolution aus. Thomaniens Diplomaten wollten um jeden Preis Frieden schließen, während seine Armee an der Front weiterkämpfte, in dem unerschütterlichen Glauben, unbesiegbar zu sein. Thomaniens ganze Zuversicht war die dicke Bertha. Eine Kanone mit der sagenhaften Reichweite von 160 Kilometern. Sie sehen sie hier in unverhüllter Schönheit vor sich. Ihr Ziel war die Kathedrale von Notre Dame. Entfernung 95.452. 95.452. Alles klar, Feuer! Entfernung korrigieren 95.455. 95.455. Feuer bereit! Alles klar? Achtung, Feuer! Was soll denn das? Sofort untersuchen! Mitkommen! 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 Zünder muss untersucht werden! Zünder muss untersucht werden! Zünder muss untersucht werden! Geh! In Deckung! Los, in Deckung! Was ist das? Fliegerangriff! Das gilt der dicken Bertha. Los, ein Mann sofort an das Flakgeschütz! Sofort an das Flakgeschütz! No, das ist auch in Deckung! Sofort an das Flakgeschütz! Untertitelung des ZDF, 2020